Hallo! Kurz vor knapp konnte ich noch ein Angebot für den Valentinstag für euch klar machen. Es ist immer schwierig bei den Firmen, ich frage dann alle durch, wenn ihr mal habt ihr ein Angebot. Und hier konnte ich mal wieder etwas für euch reißen. Einmal Platinum Serum, das ist das bessere Gel, mit Hyaluron kaufen, eins geschenkt bekommen. Die kommen natürlich beide in diesem schönen Beutelchen mit den Herzen. Also entweder einmal kaufen, einmal gratis oder für diejenigen, die sagen, was soll ich denn mit zwei Flaschen? Obwohl man könnte ja eine verschenken, das ist die Originalgröße mit 30 ml. Und da habe ich gedacht, für die anderen, die sagen, ah, ich möchte das vielleicht nur mal kennenlernen, aber das ist vielleicht eine richtig gute Gelegenheit, da nochmal ein Schnäppchen zu machen, lege ich bei einer den Pinsel gratis dazu. Das heißt, du wählst aus eins kaufen, eins gratis oder eins kaufen und den beliebten Puderpinsel dazu. Ich habe tatsächlich immer noch welche, weil ich ja letztes Jahr für den Pop-Up-Store über 3000 Stück eingekauft habe und wir wissen ja alle selber, konnte nicht stattfinden. Deswegen habe ich immer noch ein paar, die ich zu Aktionen so an euch verschenken kann. Und ich weiß, selbst wenn man schon zwei oder drei davon hat, ich greife mal gerade rüber, sieht schon toll aus. Also von diesem Pinsel kann man überhaupt gar nicht genug haben. Ein Platinum-Serum kaufen, einen Pinsel geschenkt oder zwei. Und der zweite Hammer ist, wenn du über 40 Euro Bestellwert hast, bekommst du auch noch diese tolle Handschaumcreme gratis dazu. Die ist ohne Duft für die ganz empfindliche Haut der strapazierten Hände, die wir jetzt gerade bei den Temperaturen noch haben. Und ich rege mich mal ein bisschen. Von dieser Kette, die ist bei iCrush in Silberfarben, also Edelstahl, schon ausverkauft. Hoho, habe ich neun Stück da liegen. Das heißt, wer diese Kette unbedingt haben will, die ist sogar noch im Preis reduziert. Auch das noch, obwohl sie ausverkauft ist und dadurch ein begehrtes Sammlerobjekt ist. Also mal gucken, wie lange das reicht, weil wenn man diese Kette eingibt mit dem Originalnamen und da beim Make-Up-Coach landet, könnte die ganz schnell verdunstet sein. Da muss man schnell reagieren. Ich habe einen sehr kräftigen Hals und man kann sehen, die sitzt nicht eng an, weil wenn ich irgendwas nicht leiden kann, ist dann so eine Kette so eng am Hals anliegt und die kann man natürlich auch noch zwei Ösen kleiner machen. Also Kette ist neu, vielleicht ein schönes Geschenk für den Valentinsack, aber das müsste super schnell sein. Das haben wir oder das haben wir und ab 40 Euro das noch gerades dazu. Ist das ein Schnäppchen für den Valentinstag? Gut, gilt aber nur bis Freitag, wenn ich überhaupt so viele Bestände habe. Vielleicht kann ich das nachordern, weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Ich kann es versuchen. Jetzt habe ich davon 100 Stück da und mal gucken, wie lange das reicht. Das wären also zum Beispiel 50 Doppelpack, dann hört sich schon wieder nicht so viel an. und ab Freitag ist das dann wieder raus, denn Samstag und Sonntag habe ich mir noch was anderes überlegt. Das hat aber hiermit dann nichts zu tun. In diesem Sinne viel Spaß beim Verschenken oder selbst schön finden. So Valentinstag. Mach mal was draus. Bis dann. Tu dir selber gut. Tschüss. Tschüss.